Textbuch Kapitel 8 Die Reise zurück Nummer 4 Die Gabe der Freiheit Seite 143 bis 146 Wenn Gottes Wille für dich vollkommener Frieden und vollkommene Freude ist und du nicht nur dies erfährst, dann lehnst du es offenbar ab, seinen Willen anzuerkennen. Sein Wille schwankt nicht, da er für immer unwandelbar ist. Wenn du nicht in Frieden bist, kann es nur daran liegen, dass du nicht glaubst, in ihm zu sein. Er aber ist alles in allem. Sein Frieden ist vollständig und du musst in ihm eingeschlossen sein. Seine Gesetze beherrschen dich, weil sie alles beherrschen. Du kannst dich nicht von seinen Gesetzen ausnehmen, obwohl du ihnen den Gehorsam verweigern kannst. Doch wenn du das tust, und nur dann, wirst du dich einsam und hilflos fühlen, weil du dir selbst alles verweigerst. Ich bin als Licht in eine Welt gekommen, die sich selber alles verweigert. Sie tut das, indem sie sich einfach von allem dissoziiert. Ich habe gesagt, dass ich bei dir bin, alle Tage, bis an der Weltende. Deshalb bin ich das Licht der Welt. Wenn ich bei dir bin in der Einsamkeit der Welt, so ist die Einsamkeit vergangen. Du kannst die Illusion der Einsamkeit nicht aufrechterhalten, wenn du nicht allein bist. Mein Ziel ist also nach wie vor, die Welt zu überwinden. Ich greife sie nicht an, aber mein Licht muss sie auflösen aufgrund dessen, was sie ist. Licht greift die Dunkelheit nicht an, aber es leuchtet sie hinweg. Wenn mein Licht überall hin mit dir geht, leuchtest du sie mit mir hinweg. Das Licht wird unseres und du kannst nicht in der Dunkelheit verweilen. Ebenso wenig, wie die Dunkelheit dort weilen kann, wohin du gehst. Die Erinnerung an mich ist die Erinnerung an dich selbst und an ihn, der mich zu dir gesandt hat. Du warst so lange in der Dunkelheit, bis Gottes Wille durch irgendeinen Teil der Sohnschaft voll und ganz getan ward. Als das geschah, ward er von allen vollkommen getan. Wie sonst könnte er vollkommen getan sein? Mein Auftrag war einfach, den Willen der Sohnschaft mit dem Willen des Vaters dadurch zu vereinen, dass ich mir des Vaters Willen bewusst war. Das ist das Gewahrsein, welches dir zu geben, ich gekommen bin und dein Problem, es anzunehmen, ist das Problem dieser Welt. Es aufzulösen ist das Heil und in diesem Sinn bin ich das Heil der Welt. Die Welt muss mich daher verachten und zurückweisen, weil die Welt der Glaube ist, Liebe sei unmöglich. Wenn du die Tatsache akzeptierst, dass ich bei dir bin, leugnest du die Welt und nimmst Gott an. Mein Wille ist der Seine und deine Entscheidung, mich zu hören, ist die Entscheidung, seine Stimme zu hören und in seinem Willen zu wohnen. Wie Gott mich zu dir sandte, werde ich dich auch zu anderen senden. Und ich werde mit dir zu ihnen gehen, damit wir sie Frieden und Vereinigung lehren können. Denkst du nicht, die Welt brauche den Frieden ebenso sehr wie du? Willst du ihn nicht der Welt genauso gerne geben, wie du ihn empfangen möchtest? Denn anders wirst du ihn nicht empfangen. Wenn du ihn von mir haben willst, musst du ihn geben. Heilung kommt nicht von irgendjemand anderem. Du musst die Führung aus deinem Inneren annehmen. Du musst die Führung wollen, denn sonst wird sie dir nichts bedeuten. Deshalb beruht Heilung auf Zusammenarbeit. Ich kann dir sagen, was du tun sollst. Aber deine Mitarbeit muss darin bestehen, mir zu glauben, dass ich weiß, was du tun sollst. Nur dann wird dein Geist sich entscheiden, mir nachzufolgen. Ohne diese Entscheidung könntest du nicht geheilt werden, weil du dich gegen die Heilung entschieden hättest und diese Zurückweisung meiner Entscheidung für dich macht die Heilung unmöglich. Heilung spiegelt unseren gemeinsamen Willen. Das ist offensichtlich, wenn du bedenkst, wozu die Heilung dient. Heilung ist die Art und Weise, wie Trennung überwunden wird. Trennung wird durch Vereinigung überwunden. Sie kann nicht durch Trennen überwunden werden. Die Entscheidung, sich zu vereinen, muss eindeutig sein, sonst ist der Geist selbst gespalten und nicht ganz. Dein Geist ist das Mittel, mit dem du deinen eigenen Zustand bestimmst, weil der Geist der Entscheidungsmechanismus ist. Er ist die Macht, wodurch du trennst oder verbindest und dementsprechend Schmerz oder Freude erfährst. Meine Entscheidung kann die deine nicht überwinden, weil die deine ebenso mächtig ist wie meine. Wenn das nicht so wäre, wären die Söhne Gottes ungleich. Alles ist mittels unserer gemeinsamen Entscheidung möglich, aber meine allein kann dir nicht helfen. Dein Wille ist so frei wie meiner und Gott selbst würde nicht gegen ihn angehen. Ich kann nicht wollen, was Gott nicht will. Ich kann meine Stärke anbieten, um die deine unbesiegbar zu machen. Aber ich kann mich deiner Entscheidung nicht widersetzen, ohne mit ihr zu konkurrieren und dadurch gegen Gottes Willen für dich zu verstoßen. Nichts, was Gott schuf, kann sich deiner Entscheidung widersetzen, wie auch nichts, was Gott schuf, sich seinem Willen widersetzen kann. Gott hat deinem Willen seine Macht gegeben, die ich zu Ehren seines Willens nur anerkennen kann. Wenn du sein willst wie ich, so werde ich dir helfen in der Erkenntnis, dass wir gleich sind. Wenn du anders sein willst, werde ich warten, bis du anderen Geistes geworden bist. Ich kann dich lehren, aber nur du kannst beschließen, auf meine Lehre zu hören. Wie kann es anders sein, wenn das Reich Gottes Freiheit ist? Freiheit kann nicht durch Tyrannei die irgendwelche Art erlernt werden. Und die vollkommene Gleichheit aller Gottessöhne lässt sich nicht durch die Herrschaft eines Geistes über einen anderen erfassen. Gottes Söhne sind an Willen gleich, dass sie alle ihres Vaters Wille sind. Das ist die einzige Lektion, die zu lehren ich gekommen bin. Wäre dein Wille nicht der meine, so wäre er nicht derjenige unseres Vaters. Das würde bedeuten, dass du den Deinen zum Gefangenen gemacht und nicht frei sein lassen hast. Von dir selbst kannst du nichts tun, denn du bist nichts von dir selbst. Ich bin nichts ohne den Vater und du bist nichts ohne mich, weil du, wenn du den Vater verleugnest, dich selbst verleugnest. Ich werde mich stets an dich erinnern und in meiner Erinnerung an dich liegt deine Erinnerung an dich selbst. In unserer Erinnerung einander liegt unsere Erinnerung an Gott und in dieser Erinnerung liegt deine Freiheit. Weil deine Freiheit in ihm ist. Stimme also mit mir ein in den Lobgesang an ihn und an dich, den er erschaffen hat. Das ist die Gabe unseres Dankes an ihn, die er mit allen seinen Schöpfungen teilen wird, den er in gleichem Maße gibt, was immer für ihn annehmbar ist. Weil es annehmbar für ihn ist, ist es die Gabe der Freiheit, die er für alle seine Söhne will. Indem du Freiheit schenkst, wirst du frei sein. Freiheit ist die einzige Gabe, die du den Söhnen Gottes schenken kannst, dass sie die Anerkennung dessen ist, was sie sind und was er ist. Freiheit ist Schöpfung, weil sie Liebe ist. Wen du zum Gefangenen zu machen suchst, den liebst du nicht. Wenn du also irgendjemanden, dich eingeschlossen, gefangen zu setzen suchst, liebst du ihn nicht und kannst dich nicht mit ihm identifizieren. Wenn du dich gefangen setzt, verlierst du deine wahre Identifikation mit mir und mit dem Vater aus den Augen. Deine Identifikation ist mit dem Vater und dem Sohn. Sie kann nicht mit dem Einen sein und nicht mit dem Anderen. Wenn du Teil des Einen bist, musst du auch Teil des Anderen sein, weil sie eins sind. Die heilige Dreieinigkeit ist heilig, weil sie eins ist. Schließt du dich von dieser Einheit aus, so nimmst du die heilige Dreieinigkeit als getrennt wahr. Du musst in ihr eingeschlossen sein, weil sie alles ist. Wenn du nicht deinen Platz in ihr einnimmst und deine Funktion als Teil von ihr erfüllst, ist die heilige Dreieinigkeit ebenso beraubt wie du. Keiner ihrer Teile kann gefangen sein, wenn ihre Wahrheit erkannt werden soll. Das ist die Heilige Dreieinigkeit. 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 Vielen Dank.